Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 20.12.2021 und unser DAX hat, sag ich mal, sein Jahresprogramm fertig. Das ist jetzt im Grunde eigentlich nichts mehr, was jetzt noch die nächsten Tage ansteht, wichtig wird und so weiter. Die meisten Marktheilnehmer beginnen tatsächlich dann ab dem Zeitraum nach dem großen Hexensabbat im Dezember schon ihren Weihnachtsurlaub. Das heißt, zunehmend distanzieren sich mehr Marktheilnehmer jetzt vom Parkett. In der Regel, ich sag mal wirklich, in der Regel wirkt sich das eher beruhigend auf den Markt aus. Der Markt wird dann durch ruhiger tendenziell, geht die Volatilität runter, was auch ab und an, also über die Jahre betrachtet, man kann nicht sagen ab und an, sondern über die Jahre betrachtet, öfter sogar dazu führt, dass der Markt Richtung Jahresende dann tatsächlich eher steigt. Also wir müssen trotzdem aufpassen, weil wir haben wirklich noch viel Zug im Markt, immer mal wieder nach unten drin. Also genauer hingucken. Ich erwarte allerdings nicht ganz so viel von ihm. Ich würde mich natürlich schon freuen, wenn er nicht in absolute Weihnachtsfresserei versinkt und hier Mittagsstab von früh bis abend macht, weil er vollgefressen einfach nur rumliegt, sondern dass er sich ein bisschen mehr bewegt. Aber der Fall in den letzten Jahren zeigt halt, dass es doch eher seltener der Fall ist, dass wir wirklich in zwei Wochen jetzt hier nochmal viel Bewegung kriegen. Die Jahre, in denen das mal aufgetreten ist, die kannst du wirklich an einer Hand abzählen, wenn du da über die letzten 30 Jahre zurückgehst. Und deswegen sollte man sich vielleicht darauf einstellen, dass es hier jetzt eher ein bisschen ruhiger wird, man auch signalseitig gar nicht mehr so viel Neues bekommt und alles andere muss er beweisen. Das heißt, man kann zum Beispiel schön mit Alarm arbeiten, dass man sich sagt, okay, ich habe irgendwo eine Range identifiziert, solange der dazwischen ist, brauche ich jetzt nicht den ganzen Tag drauf gucken, weil wird wahrscheinlich nicht viel passieren, außer dass es ein Stückchen weiter dann vielleicht langsam hochschiebt. Und ich platziere mir dann, keine Ahnung, an entsprechenden Stellen einfach einen Alarm, sodass ich angetriggert werde, wenn der Markt doch mehr Bewegung zeigt und ich hier Handlungsbedarf hätte oder habe. Also so könnte man zum Beispiel rangehen. Wir hatten gestern schon gesagt, für den Freitag, dass er mit dem Konter eigentlich schon so ein bisschen, ja, also einfach die Spannung nach oben rausgenommen hat, komplett rausgenommen hat mit dem Konter ohne allerdings jetzt auf der Unterseite ein Signal zu setzen, sodass das wahrscheinlich eher zur Seite geht, so haben wir es, glaube ich, gesagt, zur Seite geht und eher ein Gependel leicht seitwärts, abwärts, hatte ich vermutet, aber wirklich ganz klar gesagt, dass ich da gar keine richtige Meinung auch habe, was er jetzt hier machen soll, außer zur Seite zu schieben. Mir war wichtig, hier oben drüber oder hier unten rein. Oben drüber ist er absolut nicht, hat sich eher nach unten gearbeitet, ist aber auch unten nicht, also das Tief, das Gap ist nicht zu. Und ja, also wir waren hier, wir hatten gesagt 410 bis 350, das ist so eine wichtige Zone, die noch abgeholt werden kann, das ist sie auch immer noch, das kann auch zum Montag jetzt noch mal reinspielen und sich von dort stabilisieren. Und man muss aber auch sagen, zum Montag hätte er grundsätzlich leichte Tendenz nach oben für alles, was über 15.500, was ist das hier, 15.500, 15.500 drüber geht. Das hätte leichte Tendenz dann Richtung dieser Linie. Und hier sollte man sich auch einen Alarm hinlegen, weil alles, was über 15.700 geht, im Grunde eigentlich dann, da kann er dann so Stück für Stück für Stück für Stück für Stück, Meter für Meter dann durchsteigen. Also da würde ich mir auf jeden Fall einen Alarm hinlegen. Schon alleine auch, wenn man Shorts offen hat, dass man dann vielleicht reduziert. Das ist einfach ein typischer Zeitraum, wo der Markt oft steigt. Da sollte man auf solche Signale besonders achten. Ich sage deswegen jetzt nicht, dass man jetzt hier Shorts wegwerfen muss und man muss jetzt hier Long reingehen, das sage ich überhaupt nicht. Und mir ist es wichtig, so ein bisschen zu gucken, was können wir von den nächsten Tagen erwarten. Und dazu nehmen wir einfach die Historie, dazu nehmen wir die Muster, die wir haben. Und da können wir sagen, die Historie sagt, es wird jetzt ruhiger. Im Muster sehen wir, der klemmt fest, kommt oben nicht raus, kommt unten nicht raus, verschachert sich hier einfach in einem Korrekturmuster. Und das heißt, es gibt gerade da keine Signale. Signale wird es geben, wenn er hier unten rausfällt. Also im Grunde wird er eigentlich auch schon in Unterbieten von 1410 ein erstes kleines Signal nach unten geben. Aber das hätte wahrscheinlich schon auch erst wieder bei 15350 Gegenwert zu erwarten und tiefer dann im Bereich 15260 nochmal was. Man muss aber wirklich ganz klar dazu sagen, dass er von dort hin auch relativ einfach wieder hochziehen kann. Wie würde ich damit umgehen? Ich würde vielleicht schon versuchen, dass man sich unter 1410 irgendwie ein bisschen vielleicht auch absichert. Wir haben 2018, das sind alle vor Augen, wie der Markt Richtung Weihnachten nochmal richtig weggeschmiert ist. Das sollte man ein bisschen im Hinterkopf haben, weil er kann auch von 1410, also gerade für die kurzfristigen Trader, er kann von 1410 auf die 350 und von der 350 dann weiter zur 260. Ja, das ist ja erstmal nochmal ein ganz guter Block und wenn er dann hier unten sich nicht aufgedreht kriegt, dann wird es nach unten halt auch rutschig. Dann wird es richtig rutschig, dann setzt er neue Signale und da würde ich dann entsprechend auch ein bisschen aufpassen, weil wir auch im Tagesschart dann unter der 200-Tage-Linie liegen. Also im Tagesschart hier drunter jetzt eigentlich auch, hier kann man auch sagen, unter 14. Würde den Grund geben, dass man sich nach unten vielleicht absichern sollte. Einfach auch aus dem Grund, weil wir sehen hier, hier ist relativ viel Spielraum. Das heißt, von 1410 könnt ihr theoretisch auf der Ebene sogar bis 1560 runter, 1550 runter, wieder auf diese alte Linie, die er schon ein paar Mal abgeagert hat. Also das würde ich so ein bisschen im Hinterkopf halten und deswegen mir vielleicht dort die Alarmen legen, so unter 1410, dass ich mir sage, okay, da gucke ich mal rein. Über 1565 gucke ich rein, weil dann kriegt er ein bisschen Potenzial nach oben. Aber man sollte nicht zu krass und zu übertrieben da reingehen, wenn der Markt vielleicht eher ruhig tendiert. Wenn er richtig schön nervös ist, dann darf man sich da auch viel erhoffen von. Also dass da auch gut Bewegung reinkommt. Aber wenn der so ruhig einfach nur so rumbümmelt, läuft da halt auch echt Gefahr, dass er wie am Freitag, das war, dann auch einfach wieder umgedreht wird und wieder zurück und in so ein Geschieb übergeht. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Das sind jetzt Handelstage, das sind nicht mehr viele am Parkett und in der Regel führt das eher dazu, dass das ruhig hier wird. Alles andere muss er uns erst beweisen, dann können wir da mitgehen. Ansonsten wird man das unterstellen. Und da mir hier der Akku gerade, dass ich das Glattegerät hier nicht in Reichheit habe, würde ich auch sagen, lassen wir es dafür dann auch sein erstmal. Wir nehmen das ein bisschen zur Kenntnis. Unter 1410, da hat es das Gap auch noch zu, wird es sich ein bisschen nach unten auffächern, über 565 nach oben, bis dann die Linie ran, die liegt bei 15700, das ist ganz wichtig. Unten ist unter 410, die 350 und die 260 später wichtig und im Tagesschart eher so der Bereich um hier 1550 sogar, also hier in der Zone. Und alles, was dazwischen passiert, ist erstmal, würde ich eher vernachlässigen, als Seitwärts einstufen. Gut, okay, ja, mehr kann ich gar nicht mitgeben. Großer Verfall ist vom Tisch. Nächster wichtiger Verfall ist dann erst wieder im März. Und von daher lassen wir den mal hier noch seine Tage ausklingen. Guckt mal ein bisschen genauer hin, wie das mit den Feiertagen bei eurem Broker ist. So richtig schlau bin ich nicht geworden. Normal ist es eigentlich immer so gewesen, dass bis an Weihnachten verkürzte Handel gewesen ist. Und am 26. dann ja die Amerikaner schon geöffnet hatten, die Deutschen, also in Deutschland aber noch bloß ein Feiertag und alles zu war. Nun liegt es so, dass der 26. in Amerika ein Sonntag ist. Das heißt, sie verschieben ja in der Regel ihre Feiertage. Ich habe aber nicht gefunden, dass die am Montag zu haben. Dafür steht aber drin, dass sie am 24. zu haben. Und auch in Deutschland steht drin, dass die Feiertage komplett geschlossen haben am 24. am Freitag. Das kenne ich so aus den letzten Jahren nicht. Und so steht es aber auf den offiziellen Seiten von der Xetra und auch von der Eurex. Und von daher sollte man ein bisschen genauer hingucken, wie man handeln kann. Also ich würde jetzt, stand jetzt erstmal davon ausgehen, dass unsere Handelswoche jetzt von Montag bis Donnerstag ist, anhand der Informationen, die ich gefunden habe. Mal gucken, ob das da vielleicht irgendwo noch ein bisschen deutlicher formuliert wird. Ja, also quasi von Montag jetzt bis Donnerstag, kürzere Handelswoche und dann nächste Woche von Montag nochmal bis zum 30. dann, ja, oder? Genau. Gucken wir uns da nochmal an. Ja, gut. Also, soll es damit sein, die 4.10 ein bisschen gucken, 5.65 ein bisschen gucken und dazwischen ist im Grunde genommen cheap angesagt. Ja. Ich wünsche euch was. Schönen 4. Advent noch. Und bis morgen. Tschüss.